hallo ihr lieben und willkommen zu einem neuen pix inside tutorial heute soll es in erster linie mal darum gehen wie wir sterne verkleinern können beziehungsweise wie wir auch sterne die so ein bisschen aus der form geraten sind also etwas in die länge gezogen sind verbessern können außerdem weil das einfach miteinander im zusammenhang steht möchte ich euch dann mal den star mask prozess zeigen und ich habe mal zwei beispiel bilder zur demonstration hier das eine ist omega centauri ich mache hier mal gerade einen screen stretch vergrößert das bild etwas und wir gucken mal schauen mal so ein bisschen da rein und man sieht hier dass die dass die sterne sehr eilig sind ja das sind ziemliche eier geworden das ist eine aufnahme die habe ich mal so nebenher laufen lassen mit einem 10 zoll f4 newton auf einer montierung und das passiert wenn man 30 sekunden mit einer 10.000 euro montierung nachführt ohne nachführ kontrolle also ohne guiding so viel zum thema kurzzeit belichten wir wollen fair bleiben natürlich hat das kurzzeit belichten auch was für sich keine frage aber in dem fall also die montierung war schon echt ein ziemlicher kracher und das teleskop war auch sehr gut und man sieht ja einfach den periodischen fehler ja wir wollen nicht so viel über die aufnahme und über die technik sprechen sondern darüber wie wir das in pix inside korrigieren können so es gibt ein sehr interessantes tool in pix inside das heißt morphological transformation nichts vorweg nehmen deswegen habe ich mal hier hingeklickt reset dann sind wir bei den grundeinstellungen bei den sogenannten default einstellungen des ganzen prozesses so ja was macht das das verändert jetzt die morphologie eines bildes wenn man so will deswegen heißt das so oder transformiert die morphologie also das erscheinungsbild einer aufnahme und hier gibt es verschiedene operatoren und standardmäßig eingestellt ist der erosions filter und den werden wir auch sehr häufig benutzen dann gibt es hier wieder die berühmten iterations also die anzahl der durchgänge und den amount also die stärke der ganzen anwendung und da ist es wie immer so bei vielen prozessen nicht nur in pix inside auch in anderen softwares es ist manchmal sinnvoller mit dem amount runter gehen dafür das ganze in mehreren iterationen also durchgänge zu machen so dann gibt es hier das structuring element und da können wir die größe dieses elements auswählen das klingt gerade also alles was ich gerade beschreibe klingt gerade etwas abstrakt wir müssen das gleich einmal machen damit man sieht was überhaupt passiert so default mäßig eingestellt sind hier drei mal drei pixel was zusammen neun elemente ergibt und hier unten gibt es jetzt noch so verschiedene modelle die wir anklicken können ja beim drei mal drei passiert dann nicht viel fünf mal fünf und wenn ich jetzt mal hier auf diese circular structure gehe dann ähnelt das eher schon einem stern ja ich gehe nochmal zurück auf drei ich kann jetzt mal hier hin klicken in den paint mode jetzt kann ich einzelne felder hier auch deaktivieren und das wäre so ein ziemlich anders zempelter stern wenn man sich das mal so vorstellt wir gucken jetzt einfach mal was passiert wenn ich diesen prozess auf das bild jetzt habe ich einen kleinen fehler gemacht ich würde nämlich eigentlich eine vorschau machen damit wir das schneller und besser sehen so man sieht die sterne werden verkleinert die werden nicht nur verkleinert die werden auch abgeschwächt so ich mache das wieder rückgängig das ist hier oben was wir hier bei dem bild aber machen wollen ist wir wollen die nicht verkleinern zumindest nicht in beiden achsen also in x und y sondern hier hat wahrscheinlich der periodische fehler der montierung zugeschlagen und die sterne sind deswegen in der x achse ziemlich in die länge gezogen das heißt wir nehmen jetzt diese beiden elemente auch mal weg und siehe da noch mal ein vorher und nachher ja aus den runden oder aus den eiersternen werden plötzlich runde sterne das ist jetzt nur mal ganz quick and dirty die möglichkeit die dieses tool unter anderem machen wir können mit diesem tool sterne verkleinern wir können in die länge gezogenen sterne verändern wir können alle möglichen ja wie soll ich sagen morphologischen strukturen eines sterns beeinflussen so jetzt könnte man hingehen und sagen ja das bild könnte ich doch noch retten könnte ich doch noch retten zum noch mal raus aber es ist nicht nur so dass ich hier ein nachführe fehler drin hatte ich habe keine passenden flats dafür und ich habe das bild mal bearbeitet dann fertig bearbeitet nachdem ich auch diese eiersterne daraus gearbeitet habe und dann beschlossen ich mache das bild einfach noch mal neu denn das ist meine philosophie ein bild wird nachher so gut wie die roh daten die man hat dazu schaut euch noch mal mein video an zum thema wie man ein besserer astrofotograf wird gut wenn man jetzt irgendwie das ist in namibia entstanden wenn man jetzt irgendwie von der reise nach hause kommt und stellt fest irgendwie man hat nur solche roh daten und will die irgendwie retten dann ist das eben eine methode wie man das machen kann ich bin der glücklichen situation dass ich da irgendwie diesen sommer wieder hinfliegen kann und werde die aufnahme vielleicht einfach noch mal wiederholen mit einer aktiven nachführung und mit flats und bekommen dann hoffentlich ein besseres bild gut nur eine kurze demonstration wie man zum beispiel eiersterne mit diesem morphological transform modul korrigieren kann so jetzt habe ich hier mal das bild aus dem aus unserem pix inside workshop von m45 das sind die sterne ja eigentlich okay aber wir könnten jetzt dieses modul dazu benutzen gegebenenfalls die sterne zu verkleinern noch und die nebel zum beispiel mehr in den vordergrund zu stellen ich wende das mal gerade auf das ganze bild an ja es ging relativ fix so ich mache mal vorher nachher man darf sich nicht täuschen die sterne werden nicht nur kleiner die werden vor allen dingen auch schwächer also so nachdem wir das jetzt angewendet haben kommen die nebel tatsächlich besser zum vorschein ja das ist vorher das ist nachher da könnte man mal drüber sprechen ob man das macht oder nicht ich zum aber mal so ein bisschen rein man sieht ja da passieren aber auch komische dinge vor allen dingen wenn man jetzt mal ganz groß rein zum sieht man dass natürlich dieser filter nicht nur auf die sterne wirkt sondern auch auf die strukturen also auf die nebel und auf den hintergrund und das ist natürlich eine katastrophe das können wir auf gar keinen fall so machen nochmal so ist es angewandt vorher nachher und teilweise verschwinden hier die sterne wirklich also wir können das in dieser stärke zum einen nicht machen und wir können diesen filter nicht auf das ganze bild loslassen auch wenn das jetzt hier in der kleinen variante eigentlich dann überzeugend aussieht wenn wir da ein bisschen rein zu sieht man das ist einfach brachial was wir da machen gut was also hier wichtig ist wenn wir diesen filter anwenden wollen ist gegebenenfalls eine sternen maske das heißt wir erstellen eine maske und sagen damit bitte wende diesen morphological transformation filter nur auf den bereich der maske an der weiß ist also bei der stern maske erscheinen die sterne eben weiß und da wird dieser filter nur auf die sterne angewandt und nicht auf den nebel nicht auf den hintergrund auf den verrauschten hintergrund wodurch dann merkwürdige artefakte entstehen und um eine solche maske zu erstellen gibt es im prozess star mask da ist er ich weiß nicht wie es euch geht das ist einer dieser pix inside prozesse wo es hier sehr viele einstellmöglichkeiten gibt und wenn man nicht weiß was diese einstellmöglichkeiten machen dann sitzt man da wie ochs vom berg und weiß nicht was man machen soll und probiert so ein bisschen rum und kommt aber vielleicht zu keinem vernünftigen ergebnis und ich möchte euch mal das was ich weiß zumindest irgendwie schrittweise mit auf den weg geben erklären was hier passiert so zum einen also wenn ich das jetzt einfach mal anwende das machen wir vielleicht einfach mal auch dazu wähle ich mal eine sternmaske und ich werde bewusst mal hier so einen bereich wo wir alles mögliche haben vom hellen sehr hellen stern bis zum sehr schwachen stern und nebelgebiet her und jetzt wende ich mal hier diesen star mask prozess an dauert einen kleinen moment wir schauen mal wie die maske aussieht die da rauskommt so und dann stellt man zuerst mal fest dort wo sehr helle sterne sind sind in meiner maske löcher und das sieht irgendwie ziemlich ja schwammig aus also sterne sind alles andere als klar definiert können jetzt schon sagen dass es definitiv keine gute maske mit der wir arbeiten darum schließen wir das ganze wieder und gehen mal schritt für schritt diese einzelnen prozesse durch also wir haben hier in dem oberen bereich eigentlich schon drei sehr sehr wichtige faktoren was das erstellen einer sternmaske angeht zum einen haben wir hier den working mode der steht immer auf star mask ich habe mich mit den anderen methoden noch nicht befasst wüsste jetzt nicht genau wozu die dienen hier steht es aber auch gut wir konzentrieren uns aber jetzt hier in diesem tutorial auf die sternen maske zwei möglichkeiten wir haben in pixelzeit ganz häufig diese geschichte dass wir über sogenannte wave let's arbeiten das heißt dass die adressierung eines prozesses sozusagen über verschiedene wave let's funktioniert ich habe das in dem rausch ent rausch tutorial in der workshop serie schon mal erklärt also wir können das bild unterteilen verschieden verschieden große scales also sehr kleine eine sehr kleine bild skala das sind die sehr kleinen sterne und ja eben auch das rauschen ist zum beispiel in sehr kleinen skalen drin und da gibt es relativ große also hier dieses fette stern halo oder auch dieser helle stern das sind schon relativ große bereiche man kann ich möchte das noch mal kurz machen für das aber nicht aus hier oben dieses skript mal ausführen ich muss gerade suchen kleinen moment da ist es extract wave let layers und dann kann man sich diese verschiedenen wave let layer anzeigen lassen das macht das ganze etwas anschaulicher da ich das schon mal in einem video gemacht habe mache ich das jetzt mal hier nicht um ein bisschen zeit zu sparen gut wir haben jetzt hier fünf let's angegeben und wenn wir die helleren sterne drin haben wollen dann müssen wir hier einfach mit der skala hochgehen ja also mal sechs und nach einer gewissen rechenzeit haben wir dann eben diese maske und wir sehen hier die hellen sterne tauchen langsam auf als ja also wirklich diffuse kleine halos wir müssten jetzt also wahrscheinlich tatsächlich auf sieben gehen also mit sieben way flat layers tauchen dann tatsächlich auch die hellsten sterne hier in der maske auf gut das erklärt diesen ein scale wert jetzt gibt es hier noch den neues threshold wert ein threshold ist deutsch ins deutsche übersetzt ein schwellenwert wir können also sagen ab dieser schwelle nehme bitte bildbereiche in in die maske mit auf wir können diese definieren und es geht hier darum den hintergrund und die eigentlichen objekte zu separieren das heißt ich fahre mal mit der maus hier über einen bereich und wenn ihr jetzt mal hier unten schaut in diesem bereich der leiste und wenn ich hier mit der maus über das bild fahre seht ihr die intensitätswerte da unten angezeigt ja und das ist so unser und sagt dazu noise floor also so der rausch hintergrund wenn ich jetzt einfach mal hier über diesen hellsten stern fahre dann haben wir da in grün und blau schon nahezu werte von 1 und im roten ist ein bisschen unter 1 das ist dann quasi schon die fast die sättigung unseres bildes ja also in diesem bereich zwischen 0,00 irgendwas und 1 spielt sich das ganze in unserem bild ab und der noise threshold ist hier relativ gering gewählt wenn ich jetzt mal hier so in diesen nebelbereich fahre dann haben wir hier unten können wir werte ablesen von im blauen 0,3 das heißt wir sollten eigentlich auch dann hier ähm den noise threshold auf ungefähr 0,3 setzen um ganz sicher zu sein dass wir nicht in der maske nachher diesen hintergrund inkludiert haben wenn ihr eine solche stern maske in einem nicht linearen bild entschuldigung in einem linearen bild also vor dem eigentlichen stretching anwendet dann sind diese werte natürlich deutlich geringer das solltet ihr dann irgendwie vorher auslesen und dementsprechend hier anpassen so und jetzt mache ich nochmal hier diese maske so und jetzt sieht man deutlich dass es ein bisschen aufgeräumter also wir haben hier nicht mehr das gekräuselt so im hintergrund wir haben also jetzt wirklich deutlicher sterne separiert vom hintergrund das ist also ein wichtiger wert den sollte man ja gewissenhaft einstellen natürlich ist es so ich mach das nochmal kurz weg wenn wir jetzt mal wirklich hier auf so einen ganz schwachen stern fährt mit der maus und lies dann mal unten die werte ab dass dieser hintergrund vor allen dingen hier diese nebel und die schwächsten sterne dass die natürlich schon so in konkurrenz stehen das heißt hier ist natürlich gefahr im vorzug wir sind hier knapp bei diesem schwachen stern zum beispiel knapp über halb von 0,3 das heißt wir müssen da wirklich aufpassen das heißt dieser neue threshold muss wirklich sehr sauber und gewissenhaft gewählt werden ja das sind aber eigentlich auch schon die wichtigsten parameter in dieser stern maske die einfach setzen müsst und ich hoffe ich habe das anschaulich erklärt und ihr könnt das gut nachvollziehen und ihr seht es ja auch an der vorschau wenn ihr die masken erstellt so der nächste faktor den wir haben ist structure growth und wir haben hier ein faktor für die large scale was macht dieser faktor increase this parameter to apply mask protection to larger regions so wenn wir also diesen wert erhöhen und dann bekommen wir oder dann wirkt sich die maske eben auch auf größere bereiche aus das zielt insbesondere hier auf diese hellen sterne ab also wenn wir diesen faktor erhöhen dann wird eventuell hier auch noch dieses äußere halo mit erfasst ja so wenn ich hier auf drei oder vier gehe auf der anderen seite wollen wir vielleicht gar nicht dass die maske einen so großen bereich um einen stern erfasst weil wir sehen ja in diesem bereich um den stern sind viele kleine schwache sterne wenn wir jetzt hier nachher unser morphological transformation tool anwenden wollen wir ja nicht dass diese kleinen schwachen sterne in mitleidenschaft gezogen werden wir wollen dass irgendwie dieser fette vielleicht ein bisschen kleiner wird also machen wir genau das gegenteil und gehen nicht drauf sondern gehen runter mit diesem wert und default mäßig steht auf zwei einfach mal eins und schauen was passiert so und wir sehen jetzt in der fertigen maske dass hier bei diesem fetten stern dieser bereich deutlich kleiner geworden ist also der die stern maske ist einfach kleiner geworden dass er unter umständen genau das was wir haben wollen so ich habe diese beiden bilder mal auf die gleiche größe gebracht und das ist oder alte pix inside trick wenn man die jetzt hier genau deckungsgleich legt und hier oben in diesen blauen bereich klickt dann scheint das bild unten drunter immer durch und man sieht wo die maske nachher im bild wirken wird und wo nicht und wir sehen dass selbst eigentlich kleinste sterne in der maske drin sind ja also sogar hier so diese ganz schwachen dinge wir haben keine nebel die sieht man ja hier unten auftauchen die da drin sind und wir haben einen relativ engen bereich um die sterne gewählt für unsere maske das ist also schon gar nicht so schlecht es sieht aber noch so ein bisschen wir haben hier noch diese würmer drin und so sowas ja gut dann gehen wir mal hier auf diesen faktor smoothness ja wir gehen mal hier auf mask generation und da haben wir den smoothness faktor und das ist eine weich zeichnung das kann man sich gut vorstellen masken werden ja eigentlich grundsätzlich weich gezeichnet wenn man das nicht macht also wenn man eine harte maske hat sozusagen dann wird man die bearbeitung nachher in den meisten fällen sehen in den meisten fällen sieht das nicht gut aus also das in anderen softwares wie photoshop ähnlich auch in der regel man redet auch vom abfedern federt man eine maske ab ja dass das in den äußeren bereichen also es im kernbereich irgendwie wirkt und äußeren bereichen immer softer wird so dass der übergang zwischen zwischen dem hellen bereich und im dunklen bereich sehr fließend ist und man damit nachher irgendwie keine harten kanten in der bildbearbeitung sieht oder sogar irgendwelche artefakte in der art von irgendwelchen dunklen ringen um sterne et cetera et cetera so default mäßig eingestellt ist hier der smoothness faktor von 16 und wir können hier einfach mal runter gehen wir könnten mal 8 wählen gucken was das macht ich klicke diese maske mal zur seite so jetzt sieht das ganze schon deutlich besser aus wir haben nicht mehr diesen würmchen effekt wie ich den nennen also dass hier irgendwie also die kleinen feinen sterne sind besser getrennt allerdings sehen wir auch dass unsere sternmaske nicht mehr rund ist sondern jetzt irgendwie so boxartig also kastenförmig das wollen wir auch nicht das heißt wir müssen vielleicht einen guten mittelweg finden ansonsten sieht das schon ja ziemlich gut aus ich nehme mal zwölf ich lege das zur seite also man sieht hier ist experimentieren angesagt ihr kommt vermutlich nicht drum herum zu experimentieren auch diese werte die ich jetzt benutzt habe die gelten für mich für dieses spezielle bild die gelten für meine teleskopkamera kombination eventuell kann ich mit diesen werten bei all meinen anderen bildern jetzt auch gute ergebnisse erzielen aber womöglich muss ich da auch von bild zu bild irgendwie die werte anders setzen und das müsst ihr auch vor allen dingen dann wenn sich die sogenannte pixel scale eurer bilder stark von den meiner bilder unterscheidet werdet ihr wahrscheinlich nicht drum herum kommen zu experimentieren aber ich hoffe ich konnte euch zumindest mal so die basis parameter zeigen an denen man hier rum stellen kann so es ist immer noch ziemlich boxen mäßig das macht jetzt auch keinen großen unterschied ja man sieht also das ist ein bisschen härter hier das ist ein bisschen softer ich wähle dann in dem fall die softere variante ich schließe trotzdem diese masken alle nochmal jetzt gibt es hier noch so auswahlmöglichkeiten unter der smoothness interessant unter umständen ist dieses binarize ding hier was macht das binarize binarisieren könnte man auf deutsch übersetzen heißt es wird in der maske wirklich nur es werden nur zwei werte benutzt es wird sozusagen alles was irgendwie unterhalb des schwellenwerts ist ist schwarz und alles was über dem schwellenwert ist ist weiß und das heißt in der maske 100% wirkung oder 0% wirkung machen wir das auch mal ja und da sieht man dann jetzt müsste man womöglich hier noch die smoothness ganz rausnehmen oder sehr stark verkleinern dann hätte man wirklich eine sehr harte maske und unter umständen ist das wünschenswert wenn man möchte zum beispiel dass ein prozess den man nachher auswählt auf alle sterntypen gleich stark wirkt aber das wollen wir gar nicht unbedingt also wir wollen irgendwie die hellen sterne reduzieren wir wollen die schwachen sterne aber nicht so stark reduzieren weil diese womöglich sonst einfach verschwinden und das ist bei uns astrofotografen aus einer gewissen ethischen sicht ja nicht zu vertreten wir wollen auf gar keinen fall bilder manipulieren also sterne weg retuschieren oder in ihrer position verändern oder derartiges also machen wir das nicht aber ich habe es euch mal gezeigt weil unter umständen je nachdem was für ein prozess anwendet kann das hilfreich sein es kann ja auch sein dass ihr die maske nachher invertiert und sagt bitte mein prozess den ich anwende aus bild nicht auf die sterne anwenden sondern auf alles andere und dann kann es ja durchaus sinnvoll sein zu sagen dass wirklich die wirkung bei den stern gleichmäßig ja sozusagen erlischt so wir machen das wieder weg ich zeige euch der vollständigkeit halber noch was hier unten ist mask preprocessing das ist da wird also die maske wirklich nochmal in einer art von histogramm bearbeitet das heißt ich kann in der maske nachher nochmal den den schwarz wert setzen den weiß wert setzen ja also highlights shadows und den mittelwert also den sogenannten gamma wert beeinflussen unter umständen ist das auch nicht das schlechteste hier nochmal heranzugehen brauchen wir aber eigentlich nicht so ein bisschen vor allem der mittelwert konkurriert so ein bisschen mit dem noise threshold und wir haben den ja eigentlich schon so gesetzt dass im hintergrund eben alles abgesägt wird auf deutsch gesagt gut also ich benutze jetzt mal die einstellung so wie wir sie haben für unsere maske lösche mal die preview und wende das jetzt aus bild an so das ist jetzt unsere fertige stern maske und wenn wir mal ganz ehrlich sind und es ist so dass die hellen pleaden sterne in dieser maske nicht drin sind das heißt wenn ich das hier nochmal drüber lege ja diese etwas schwächeren pleaden sterne sind drin aber die ganz hellen die wirklich sieben oder vielleicht auch ein paar mehr die sind nicht in der maske drin enthalten gut das kümmert uns jetzt mal gerade nicht weiter ansonsten ist das glaube ich eine sehr gute stern maske es kümmert uns deswegen nicht weiter weil ich dann nachher gleich nochmal darauf eingehen möchte so wir ziehen diese maske hier unten in den bereich unterhalb des bildes legen die eigentliche maske zur seite und jetzt ist ja alles rot ich vergrößere das bild ein bisschen hier oben über mask haben wir noch verschiedene einstellen möglichkeiten wenn ich jetzt hier auf remove mask gehe ist die maske wieder weg da müssen wir sie wieder neu hinsetzen jetzt gehe ich mal auf invert mask und jetzt sehen wir wurde die maske invertiert und das kann unter umständen ganz hilfreich sein um zwischendurch mal zu schauen wie gut die maske eigentlich anliegt und wenn man mal so ganz ehrlich ist hier oben gibt zum beispiel diesen einen sehr schwachen stern wo die maske irgendwie gar nicht wirkt da müsste man jetzt also nochmal gucken anhand der parameter wo man da schrauben könnte dass dieser stern vielleicht auch inkludiert wird aber vielleicht wollen wir das auch gar nicht bei dieser morphological transformation also man sieht schon dieser grenzwert zwischen sehr kleinen strukturen und dem noise threshold ist schwierig ja und der andere punkt ist eben so sehr große objekte in die maske hinein zu bekommen sehr helle große sterne ist eben auch so ein problem gut was man auch machen kann ist man kann sich die maske komplett anzeigen oder eben nicht anzeigen lassen jetzt wird sie nicht angezeigt aber sie ist da wir sehen dass daran dass hier irgendwie dieses diese fläche braun erscheint jetzt nehmen wir mal unseren morphological transformation prozess und ziehen den aus so ich zoome ein bisschen rein vielleicht mal hier oben hin vielleicht mal hier oben hin und wir sehen vorher und nachher und wir sehen aber auch das erstaunt mir ein bisschen komisch ach so ich habe die maske invertiert das war glaube ich ein fehler so nochmal das ganze ja das sieht besser aus vorher nachher wir sehen dass die sterne kleiner werden und der ganze hintergrund nicht mehr betroffen ist ja so jetzt können wir noch hingehen und eventuell den amount hier runtersetzen aber ehrlich gesagt sehe ich da gar keinen gar keine notwendigkeit drin noch ein bisschen was zum structuring element also wir gucken jetzt auch mal was passiert wenn wir das element mal größer wählen 25 und dann können wir hier diesen circular structure auswählen der uns so eine sternform gibt wir wenden das mal an und schauen mal wie sich das auswirkt und das sieht dann schon gleich anders aus also da ist die wirkung schon deutlicher zu sehen da müssen wir jetzt nur aufpassen im ersten moment sagt man wow ja das bringt was im zweiten moment muss man immer ganz genau hinschauen da nicht irgendwelche komischen artefakte entstehen ich würde sagen ja können wir machen also tut den nebeln gut und dem objekt und vor allem diese zarten nebel kommen jetzt deutlich besser raus ja also das lassen wir mal so aber es ist mir ein bisschen zu brutal ehrlich gesagt und jetzt können wir ja einfach mal hingehen und zum beispiel den amount auf 50 prozent setzen das ganze dadurch ein bisschen abfedern und dadurch wird das gehen die sterne auch zurück aber wir können ein bisschen oder sind ein bisschen vorsichtiger was mögliche artefakte angeht auch hier ist experimentieren angesagt man kann auch natürlich noch weiter runter gehen zum beispiel auf 0,2 kann man mit den iterations hochgehen ja das ist die noch vorsichtigere variante da muss man ein bisschen aufpassen auch hier nicht übertreiben weil man sich vielleicht selber sagt ja dadurch gewissenhafter vor dann kann ich ein bisschen mehr aufs gras drücken aber es ist immer gefährlich das ist jetzt hier so die absolute Grenze man sagt natürlich schon wow toll der nebel kommt besser raus muss aber wirklich aufpassen was die ästhetik angeht dass man da nicht das bild mit kaputt macht ja gut würde ich jetzt mal so lassen es gibt übrigens noch ein operator der nicht uninteressant ist auch da rate ich euch einfach mal zu probieren das nochmal rückgängig indem man nicht erosion wählt sondern was ist das morphological selection das macht quasi da steht hier diese selection faktor auf 50% und ja das macht nicht nur die erosion sondern auch irgendwie genau das gegenteil davon und das kann man steuern über diesen selection wert das heißt wenn er jetzt auf 0,5 steht also auf 50% gleicht sich das mehr oder weniger aus ehrlich gesagt kann ich euch nicht in detail erklären was Sinn und Zweck dieser Sache ist ich habe das selber in einem Tutorial gesehen und finde das ist ein bisschen sanfter jetzt hier nochmal den amount of 1 und die iterations of 1 damit wir es besser sehen so das ganze sieht ein bisschen sanfter aus tut den Sternen ganz gut man sieht nicht so deutlich dass diese jetzt verkleinert wurden also probiert damit mal rum würde ich jetzt auch so zum Beispiel lassen gut also was haben wir gemacht ich habe euch erstmal hier eine ganz einfache Version vom morphological transformation gezeigt an einem anderen Bild wie man Eiersterne entfernen kann das funktioniert über den Erosion Filter wenn ihr hier klickt auf auf diesen Paint Modus dann könnt ihr hier diese Felder auswählen und könnt zum Beispiel längliche Sterne die in der x-Achse in die Länge gezogen sind auf diese Art und Weise runder machen irgendwie da kann man natürlich auch mal ein bisschen experimentieren vielleicht mal wenn die Sterne dann zum Beispiel so aussehen was weiß ich das vielleicht nicht die war noch größer die war noch größer ah keine Ahnung also hier ist der der Fantasie keine Grenzen gesetzt also je nachdem wie die Sterne aussehen könnt ihr euch quasi euer eigenes Modell malen ist mir gerade nicht so wirklich gut gelungen gebe ich zu in diesem 3x3 Muster geht das deutlich einfacher also wenn die Sterne die länger gezogen sind irgendwie malt ihr euch quasi selber hier diesen diesen Strich in der x-Achse und dann wird eben werden die Sterne eben in diesem Bereich irgendwie gestaucht so kann man es vielleicht ausdrücken ja dann habe ich euch gezeigt wie man Sterne verkleinern kann mit diesem Morphological Transformation Filter aber dass man eben eine Sternmaske braucht weil dieser Filter sich ja immer auf alle Bildbereiche auswirkt und da braucht man eine Sternmaske um eben diesen Filter nur auf die Sterne wirken zu lassen dann habe ich gezeigt wie man mit dem Prozess Star Mask eine solche Maske relativ schnell hinbekommen kann so eine Sache hatte ich noch vergessen das wollte ich noch sagen wir haben nämlich hier diese großen Sterne ja nicht in der Maske drin gehabt und wir haben auch gesehen dass die aller kleinsten Sterne nicht in der Maske drin sind wenn ihr das haben wollt ich finde jetzt hier im Beispiel Pleiaden finde ich das nicht unbedingt wichtig weil ich möchte dass die Pleiaden und die Nebel rauskommen und die ganzen kleinen Sterne im Hintergrund oder auch medium um großen Sterne im Hintergrund dass die zurückgehen und der Nebel dadurch besser rauskommt aber wenn ihr auch die großen Sterne verkleinern wollt dann müssen die natürlich mit in die Sternmaske und jetzt könnt ihr experimentieren mit dem Scale Faktor noch weiter nach oben gehen was man aber auch machen kann ist man macht verschiedene Sternmasken und sagt ich konzentriere mich in der einen Maske darauf möglichst die kleinen Bestandteile und die sehr schwachen Sterne ja zu kriegen in einer weiteren Sternmaske versuche ich die ganz dicken Brummer zu kriegen weil das unter Umständen einfacher ist weil man nicht an so vielen Parametern rumstellen muss sondern eventuell irgendwie diesen neue Threshold irgendwie wahnsinnig hoch treiben kann und dann mit dem Scale Faktor eben ganz hoch gehen kann wir machen das einfach mal bevor ich hier lang Quatsch so setze es mal alles zurück setze ich mal wirklich ruhig guck mal gerade hier 0,8 also 0,6 sind wir da irgendwie auf jeden Fall im Bereich unterhalb der hellen Sterne und geben wir das Scale mal auf 8 einfach mal gucken was passiert ähm gucken wir mal was wir da raus bekommen hm ne das hat nicht funktioniert weil wir natürlich den Large Scale Faktor nicht kleiner sondern größer wählen müssen so ich gehe hier nochmal ein bisschen aggressiver zur Sache und frage mich warum das nicht funktioniert vielleicht ist die Scale immer noch zu gering äh ja ich hatte jetzt ähm ich muss das Video kurz stoppen weil ich irgendwie äh gar nicht zu Potter gekommen bin und habe es nicht geschafft irgendwie diese großen Brummer da rein zu kriegen weil ich den Noise Threshold einfach schon zu hoch gewählt habe jetzt habe ich den mal runter gesetzt und die Scale erhöht jetzt sehen wir hier irgendwie kommt der ganze Hintergrund wieder zum Vorschein aber äh die dicken Brummer sind äh zum Glück im Bild das heißt doch ein bisschen vorsichtig sein mit dem Noise Threshold den doch nicht so äh radikal hoch setzen versuchen wir das nochmal so jetzt haben wir hier eine Maske wo die dicken Brummer eben auch drin sind ja das ist mal so quick and dirty wie man so schön sagt jetzt gibt es zwei Möglichkeiten ähm ihr könntet zum einen hingehen und äh zwei Masken kombinieren also äh zueinander addieren das würde dann über Pixel Math gehen wo ist es natürlich bei P ich klicke schon die ganze Zeit drauf ja und äh dann würdet ihr hier oben eben den entsprechenden ähm ähm Syntax dafür eingeben dass ihr diese beiden Masken kombiniert aber vielleicht also es kann schlau sein wenn ihr wirklich einen Prozess habt der quasi gleichermaßen auf die großen und auf die kleinen Sterne wirken soll oder wie auch immer also ich will das nicht ich will mich da nicht so festlegen und sagen irgendwie es geht immer um die Sterne wie gesagt ähm es gibt verschiedene Prozesse in PixInsight und äh Star Mask äh ist ja nur dazu da eine Maske zu erstellen und wie die Maske aussieht hängt ähm wirklich sehr stark davon ab welchen Prozess ihr wählt wenn ihr also Sterne verkleinern wollt klar kann man sagen ähm äh ich will dass das irgendwie auf alle Sterne angewendet wird aber unter Umständen ist es auch so dass ihr sagt ich will die großen Sterne mit anderen Einstellungen hier ähm angehen als die ganz kleinen Sterne und ehrlich gesagt wäre das jetzt diese Vorgehensweise die ich hier bei diesem Beispielbild wählen würde ich würde jetzt versuchen eine extra Sternmaske nur mit den ganz hellen Sternen zu gucken äh zu machen äh zu machen und mal zu gucken äh welche Einstellung nämlich eventuell hier äh einfach mal ein größeres äh Pattern auswählen und ähm vielleicht auch einen anderen Amount oder so und einfach mal schauen was macht das dann mit den großen Sternen und würde dann wirklich irgendwie äh zwei Durchgänge machen eine Maske für die großen Sterne und eben auch eine Morphological Transformation Einstellung für die großen Sterne und eine für die kleinen Sterne ja aber wie gesagt es gibt auch Prozesse wo ihr gesagt ich will alles mit den gleichen Einstellungen auf das Bild anwenden und dann macht es durchaus Sinn die Masken zu kombinieren das würde man dann ganz einfach über Pixel Math machen gut jetzt sind wir aber am Ende ich hoffe das hat euch geholfen bis zum nächsten Mal hier noch ein Buchtipp meinerseits es geht um das Buch Inside Pics Inside geschrieben von Warren Keller ein sehr bekannter Astrofotograf aus den USA der schon seit Jahren wenn nicht seit Jahrzehnten im Educational Bereich sehr bekannt ist also schon seit Jahren beziehungsweise Jahrzehnten Bücher schreibt beziehungsweise hauptsächlich eigentlich mit Videos bekannt geworden ist in denen es um das Thema Bildbearbeitung astronomische Bildbearbeitung geht und der hat 2016 das Buch Inside Pics Inside geschrieben was im Prinzip der Ersatz für eine Anleitung von Pics Inside ist ihr wisst es gibt keine Betriebsanleitung Bedienungsanleitung von Pics Inside und Inside Pics Inside ersetzt sozusagen die Anleitung es gibt zwei Versionen es gibt die Erstauflage ich selber besitze die Erstauflage und zwar als digitale Version also nicht in gedruckter Form also als E-Book sozusagen und möchte mir jetzt aber bald wirklich mal die gedruckte zweite Edition kaufen die seit dem 3. Januar im Handel erhältlich ist ich habe euch unter dem Video den Link zu Amazon gepostet und ihr könnt gerne über diesen Link das Buch kaufen dann bekomme ich eine kleine Provision in Form einer also wertmäßig in Form einer Tasse Kaffee vielleicht wenn ihr meinen Kanal gut findet wenn ihr die Videos gut findet wenn die Videos euch helfen und ihr mir was Gutes tun wollt dann wenn ihr unter Umständen ohnehin überlegt habt das Buch zu kaufen dann kauft es auch über diesen Link dann tut ihr mir auch einen kleinen Gefallen damit bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal also wenn wir mit einem Juiceがてる